Die Schweizer Filmpremiere auf SF1. Hier auf dem Land bringt man die Eltern nicht einfach ins Heim, nur sich ein bisschen abgeben. Fremde! Ihr Eheglück steht auf dem Spiel. In zwei Wochen komme ich wieder. Bis dahin wirst du das bisschen Pflege übernehmen. Für Bauer Jürg beginnt die Lektion seines Lebens. Mit Grossvaters Demenz. Ich bin Ehrenfreund. Was macht ihr da hinten? Auf einer Odyssee des Vergessens. 7000 Franken. Nappelgrind. 15. April. SF1.